Erstmals äußerte sich Grünen-Co-Chef Robert Habeck zur Plagiatsaffäre von Annalena Baerbock. Habeck versicherte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, dass ein Wechsel für die Grünen-Kanzlerkandidatur nicht zur Debatte stünde. Zitat, das sei Kokolores, aber die letzten Wochen seien kein Glanzstück gewesen, so Habeck. Es habe handwerkliche Fehler gegeben und damit ging er auf Distanz zum Wahlkampfteam rund um Baerbock. Nun gehe es aber darum, aus dem Vertrauensvorschuss, den die Kanzlerkandidatin von der eigenen Partei bekommen hat, das Beste zu machen. Baerbock steht wegen Textpassagen ihres Buches, ungenauen Angaben in ihrem Lebenslauf und verspäteten Meldungen zu Sonderzahlungen in der Kritik.